Hallo liebe Zuseher, hallo liebe Leser und zwar ich freue mich dass ihr wieder VPN-Tester zuseht und ich zeige euch heute ganz kurz wie man NordVPN auf einen GLINet-Router installiert. Das ist sehr einfach weil die GLINet-Router ja bereits VPN-Clients installiert haben und zwar VPN-Open, VPN-Client brauchen wir in diesem Fall. Das ist ganz ganz einfach herzustellen und dazu zeige ich jetzt hier mal, ich bin auf dem GLINet-Router natürlich schon verbunden damit und der GLINet-Router verfügt über Internet. Das schauen wir uns jetzt auch ganz kurz an. Das ist wichtig, dass wenn ihr damit beginnt, dass der GLINet-Router sozusagen schon über das im Internet verbunden ist. Wir sehen hier ein Kabel geht vom GLINet-Router eben zu meinem Internet-Router und ich kann damit eben auch Webseiten öffnen. So, das ist die Voraussetzung und im nächsten Schritt gehen wir auf die NordVPN-Seite und zwar auf eine spezielle Unterseite, die sehen wir hier und zwar nordvpn.com slash servers. Bei nordvpn.com slash servers seht ihr sozusagen, könnt ihr euch verschiedene Server ansehen, die NordVPN hat. Die haben ja mittlerweile über 5000 Server, wie sie sagen, in 60 verschiedenen Ländern und hier suchen wir uns jetzt mal einen aus. Dazu wählen wir hier mal Deutschland aus, dann nehmen wir einen deutschen Server, da gibt es 233 und er schlägt uns automatisch den Server DE941 vor. Das ist bei jedem wahrscheinlich ein bisschen anders. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Hier steht Show Available Protocols, also zeigt mir die verfügbaren Protokolle und hier gibt es OpenVPN und zwar zwei verschiedene Versionen. OpenVPN UDP und OpenVPN TCP. Vielleicht zur Erklärung, das sind zwei unterschiedliche Übertragungsarten. TCP ist eigentlich die Übertragungsarten, wie man zum Beispiel auch im Internet Webseiten öffnet und wie man Daten überträgt. UDP ist eigentlich ein Signalisierungsprotokoll im Internet, das eigentlich nicht für Datentransfer gedacht ist, hat aber einen Vorteil, es hat ein bisschen geringere Latenzzeiten. Das ist wahrscheinlich gerade für Spieler und so weiter interessant. Jetzt muss man sagen, meistens verwendet die VPN-Nutzer UDP, aber UDP geht nicht bei jedem Internetanbieter gleich gut. Manche Internetanbieter blockieren oder drosseln UDP-Übertragungen. Darum ist meistens empfehlenswert TCP zu verwenden, ihr könnt das aber ausprobieren. Nehmen wir mal jetzt auch UDP, ich lade das einfach mal runter. Das heißt, ich speichere die Datei lokal auf meinem Gerät. Und sie ist vorhanden, also die Datei ist runtergeladen. Ich habe das vorher schon ein paar Mal probiert und sind auch andere vorhanden, aber hier ist die Datei. Und jetzt gehen wir auf den GL-Innet-Router. Und zwar sind zwei Dinge wichtig. Die erste, so sollte es die DNS ändern. Nämlich automatisch verwendet er die DNS-Server, wie in meinem Fall die vom Internetanbieter kommen. Das ist aber nicht sehr schlau, weil in dem Moment, wo du mit VPN verbunden wirst, wirst du vermutlich eine andere IP-Adresse haben und dann werden diese DNS-Server vielleicht nicht mehr antworten. Das hätte zur Folge, du bist mit VPN verbunden, kannst dann aber keine Internetseiten öffnen. Und um das auszuschließen, empfehle ich als erstes zu gehen auf benutzerdefinierte DNS. Und hier können wir mal die ersten zwei Einträge angeben. Und entweder können wir hier manuell einen DNS eingeben. Und da würde ich jetzt empfehlen, können wir einfach mal den Cloudflare nehmen, 111 und so weiter. Ich zeige dir allerdings auch noch eingeblendet, wo du viele kostenlose und sichere DNS-Server findest, zur Auswahl auf unserer Seite. Oder du kannst auch zum Beispiel DNS-Proxy-Script verwenden. Das sind dann ein bisschen verschlüsselte Verbindungen zu den DNS-Servern. Und hier gibt es zum Beispiel DNS, die blockieren, also für Family, die blockieren Inhalte, die für Erwachsene sind und so weiter. Wollen wir jetzt nicht. Ich verwende am liebsten, ehrlich gesagt, die von Yandex. Und das ist, wie gesagt, eine verschlüsselte Verbindung zu den DNS. Macht Sinn. Ja, und hier gehen wir mal auf Anwenden. Und damit ist das erste Mal erledigt. Überprüfen kannst du das Ganze jetzt auch, ob es funktioniert. Und zwar gehen wir auf meine Seite. Und hier gehst du auf DNS-Server-Test. Wir können da starten und es wird so aussehen, ja, wir verwenden hier verschiedene Google-DNS noch. So, jetzt ist es. Das war noch im Cache. Jetzt sehen wir es. Hier ist, wir verwenden einen Yandex-DNS-Server. Das passt jetzt. So, der nächste Punkt, wie gesagt, wir gehen wieder zurück. Und jetzt können wir schon mit der VPN-Konfiguration beginnen. Und zwar gehst du hier auf VPN und dann auf OpenVPN-Client. Nicht zu verwechseln mit Server. Du gehst auf Client. Und wenn du noch keine Konfiguration erstellt hast, dann hast du hier neue OpenVPN-Konfiguration erstellen. Das tun wir. Und was wir jetzt tun, ist, wir nehmen dann diese Datei und ziehen die darüber. Kannst du natürlich auch manuell auswählen. So, jetzt sagen wir mal, das ist NordVPN Deutschland. Hier kannst du selbst eingeben, was du möchtest. Ich gebe jetzt den Benutzernamen ein, den wir bei NordVPN haben. Und natürlich das Passwort, das wir bei NordVPN verwenden. Jetzt gehe ich auf Einreichen. Und grundsätzlich ist die Verbindung jetzt schon hier vorhanden. Das Gleiche kannst du wiederholen. Wie gesagt, du kannst dir jetzt noch weitere Server holen. Jetzt holen wir uns zum Beispiel nach Österreich dazu. Hier haben wir wieder einen Server. Wir nehmen wieder UDP, speichern das. Die Datei ist hier, wie wir sehen. Wir machen das Gleiche. Das heißt, wir gehen hier auf Management. Neue OpenVPN-Konfiguration hinzufügen. Ziehen die wieder rein. Sagen NordVPN Austria. Wieder Benutzername, Passwort. Hoppala, vertippt. So, und jetzt haben wir schon zwei zur Auswahl. Und hier siehst du jetzt auch, wie das aussieht. Ich habe mich auch hier vertippt, aber das wird uns jetzt nicht stören. Und hier kannst du das jetzt auswählen, welchen Verbund du sein willst und klickst einfach auf Verbinden. So, wenn das jetzt erledigt ist, das wird einen kurzen Moment dauern. Bei manchen GL-Innet-Routern kann es sein, dass sich auch hier der Browser aufhängt. Also da hängt sich nicht wirklich der Router auf, sondern der Browser. In dem Fall könntest du diese Seite hier einfach aktualisieren. Ja, du wirst es sehen. Und wir sehen, wir tragen hier auch schon Daten. Und wir können das jetzt probieren. Wir gehen jetzt hier wieder auf unsere Seite, gehen auf Tools, deine IP-Adresse und wir werden sehen, wo wir verbunden sind. Und das müsste jetzt genau Deutschland sein. Und so sind wir jetzt schon mit einem Server von NordVPN in Deutschland verbunden. Machen wir mal das Ganze. Wir gehen jetzt mal, wir wechseln das jetzt nach Österreich. Server ändern. Das geht on the fly. Also das heißt, du brauchst nur einmal auswählen und bestätigen. Dauert wieder einen kurzen Moment. Wir sind jetzt offenbar mit Österreich verbunden. Noch einen kurzen Moment warten. Wie gesagt, manchmal hilft es auch, Seite aktualisieren. Sollte aber funktioniert haben. Und dann sollten wir jetzt mit Österreich verbunden sein. Schauen wir mal. Tatsächlich sind wir. Also hat geklappt. Das war eigentlich die grobe Einrichtung. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Optionen, die du hast, die du hier sozusagen bei deinem Router einrichten kannst. Und zwar das eine ist Internet Kill Switch. Internet Kill Switch bedeutet, dass alle Daten blockiert werden, wenn die VPN-Verbindung unterbrochen ist. Das ist natürlich sehr sinnvoll dann, wenn du sicherstellen willst, dass niemals Geräte ohne den VPN-Anbieter ins Internet benutzen können. Dann wählst du hier Internet Kill Switch aus, gehst auf Anwenden und das ist erledigt. Die nächste Option sind die VPN-Richtlinien. Und hier wird es ein bisschen komplizierter, aber sehr, sehr sinnvoll. Wir nennen das Ganze auch auf unserer Seite Bypass-Funktion. Und zwar, was passiert hier? Und zwar kannst du hier festlegen, dass zum Beispiel eine bestimmte Webseite, nennen wir das zum Beispiel Netflix.com, wollen wir, dass nicht, also kein VPN verwendet wird und dann fügen wir das da hinzu. Oder wir sagen zum Beispiel auch, dass ein bestimmtes Gerät, das können wir jetzt hier auswählen, zum Beispiel Martins iMac, den gibt es jetzt schon, aber ich zeige das mal, klickt man auf hinzufügen, dann steht er hier in der Liste und dann geht man hier auf Anwenden. Und jetzt bedeutet das, dass diese Geräte eben nicht VPN verwenden. Wie gesagt, das funktioniert in verschiedenen Richtungen, das heißt, du kannst jetzt Seiten ausnehmen, die nicht mit VPN geöffnet werden sollen. Eine Sache zum Beispiel ist, wenn dein Internetrouter, deine Fritzbox zum Beispiel willst du erreichen, dann solltest du hier die IP-Adresse der Fritzbox eingeben. Das könnte jetzt sein, 1681781, fügst du dann hier hinzu und dann hast du auch Zugriff auf deine Fritzbox oder auf deinen Internetrouter in dem Fall. Hier ist auch wichtig, wenn du hier auf Anwenden gegangen bist, dann macht das wirklich ganz häufig Sinn, weil es sind einfach sehr komplexe Regeln, die man da anlegt. Also das sieht hier nicht so kompliziert aus, ist am Router aber relativ kompliziert und die Frage ist auch, wie diese Regeln, welche Reihenfolge sie fahren sind. Und um sicherzustellen, dass die Reihenfolge verwendet wird, würde ich hier einen Neustart empfehlen. Das macht in den meisten Fällen Sinn, nachdem du hier an den VPN-Richtlinien etwas verändert hast. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich denke, das war ganz einfach. Wenn ihr Hilfe oder Fragen braucht, gerne bitte kontaktiert mich oder kontaktiert uns, kommt auf unsere Webseite und natürlich empfiehlt uns gerne weiter. Vielen Dank und bis bald, alles Gute und Servus. Vielen Dank.